hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal ja meine Freunde hier ist ein kurzes Infovideo von mir ja ich hoffe man hört das jetzt nicht oder nur wenn ein bisschen leise im Hintergrund ok also so sieht es zuzeit so aus also wenn euch ja aufhören ist ich mache jetzt sehr sehr selten und wenn habe ich jetzt an Schade zumindest habe ich richtig lange nicht mehr gemacht und ja also lol habe ich ja zwei jetzt in zwei Videos hochgeladen also die waren ja von mir die waren ja von Louis und ja das liegt da einfach daran dass ich jetzt in den ganzen jetzt kommen die ganzen Abschlussprüfungen und dann muss ich das halt verlieren also wann sind die jetzt noch circa zwei oder drei Wochen dann habe ich die Osterferien da muss ich auch üben und dann habe ich noch ein oder zwei Wochen und dann schreibe ich die ganzen Abschlussprüfungen also wenn wer Endgaming weiß der ist genau das was er gemacht hat hat habe ich jetzt auch aber die zentralen Abschlussprüfungen und dann habe ich jetzt auch nicht zurzeit nicht so manchmal nicht so bock richtig eigentlich aber ich mache jetzt heute auch nicht auf ich mache jetzt auch bald wieder regelmäßig Videos wenn ich die Zeit dazu habe bekommen also ich denke mal in den Sommerferien mache ich wieder ein bisschen was dann mache ich wahrscheinlich mein das was dann mache ich wahrscheinlich ich habe aber kann auch eine Sponderrichtung noch so eine ganz trockene Lunge ebenfalls guter Stoff wurde es da ja also deswegen also in den Sommerferien mache ich dann wahrscheinlich vielleicht meinen Führerschein also kann man ja so durchmachen sechs Wochen lang dann fahre ich die Woche auch in den Urlaub mit meinem Vater also aber wahrscheinlich in den Ferien kommt ja was alles regelmäßig wenn ich sagen wir mal wenn ich die ganzen Abschlussprüfungen hinter mir habe kommt auf jeden Fall wieder die ganzen Videos also ich versuche auch jetzt ab und zu ich habe also also das ich kann mir nicht sagen ich will keine Videos hochladen also ich habe noch zwei umgerendert von noch lol der Luis auch aufgenommen hat bei mir aber das Problem ist meine Sonne wie das ich weiß nicht was mein Sonne los ist und ich habe auch noch zwei wir haben auch noch zwei Folgen What to the Sniper Beat die ich auch noch hochladen also auch eine von mir schon hochgeladen ist war von Jan von mir nicht und Sonne wie das also das das ist also das wenn ich das zum Beispiel Render dann bricht es einfach mal ab oder es rendert nur anstatt 20 Minuten sagen wir mal fünf Minuten oder zehn Minuten nur oder flackern mit dem Bild Audio Quartete scheiße auf und zu mal also ich muss mal gucken wie ich das jetzt mache auch ich wahrscheinlich installiere ich meine Sonne wie das immer neu weil ich kann nicht Videos hochladen also ich lade jetzt keine ungerenderten Videos hoch das sind jetzt 4 die Arbeit okay das wird vielleicht sechs stunden oder so sieben sechs stunden sieben stunden dauern dann habe ich keinen richtigen Bock drauf also wenn man normalerweise in vielleicht eine halbe Stunde eine Stunde machen maximal eine Stunde und auch an wie lang also Trantblut brauchst du eine Stunde und zehn Minuten brauche ich circa eine halbe Stunde oder 20 Minuten irgendwie sowas mit dem Dreh und und in letzter Zeit spackte auch noch meine Elgato um also wer dieses eine live commentary gesehen hat von mir wann war das denn wohl schon was länger her hat Michael Herrwe mich darauf hingewiesen dass also die Tonspur also ich habe dann eben die Elgato auf weil meine Elgato nicht mehr den Ton und meine Stimme gleichzeitig auf und ich schneide dann ist automatisch auch in der Videoteil drin aber die diese zwei Dateien die sind nicht synchron also auch wenn ich die ich weiß nicht vielleicht weiß einer den der es jetzt hier anguckt wie das was das liegen könnte ob ich mir jetzt haben jetzt ich habe jetzt ich installiere mal gleich dann die Elgato Software einfach mal neu aus dem Internet dann gucke ich mal ob das das wirklich behoben ist wenn ich das dann wäre richtig scheiße weil ich wusste jetzt nicht was ich machen kann okay ich habe jetzt noch nicht ich kenne die Elgato mal neu starten das habe ich noch nicht gemacht und sonst frage ich einfach wenn ich weiß jetzt nicht ob die Elgato jetzt kaputt ist ich hoffe jetzt mal nicht und ich denke eigentlich auch nicht dass wir auch ein bisschen sinnlos leider dann frage ich vielleicht mache ich einfach erstmal wahrscheinlich ohne wie heißt es ohne Spielsounds wenn das jetzt wirklich nicht gar nicht behoben werden kann auf die kürze da mache ich einfach ohne Tonspur das mache ich jetzt auch bei die Folge wir haben zwei aufgenommen und dann die ganze Tonspur unsynchron also das ist ca. 2-3 Sekunden hängt das hinterher die Tonspur also ja ich glaube das war jetzt auch erstmal so jetzt nicht wundern warum ich jetzt letztendlich so viele Videos mache oder gar nichts richtig mache ich hoffe das versteht ihr meine datezeit ist das ein bisschen bisschen doof alles also sagen wir nicht so ich kann nicht zocken also ich lerne schon so ein bisschen fast jeden tag eigentlich eigentlich jeden tag ein zwei stündchen und aber jetzt spiele ich auch noch Aion ich weiß nicht ob wir das kennen das ist auch so ein online rollenspiel vielleicht mache ich da auch mal ein let's play von irgendwer wahrscheinlich vielleicht mit krieger bob oder mit einem anderen youtuber also ich mache jetzt auch bald also Leute gehen auf jeden fall noch ausgemacht nehme ich ja nicht mit bm mit legato auf also Leute die meine Leute von Abonnenten von Leute also ja also da wenn es dann ist dann kann ich es aufnehmen also weil auch so eine hohe datei was ging geht ging sogar noch mal einigermaßen ungerecht muss es dann nur dann sofort wenn ich halt aufnehmen das sofort dann auch aufnehmen sofort dass ich rede weil meistens schneide ich immer auf den anfang weg und ja wo gibt es noch irgendwas zu sagen ach so ja ich mache jetzt bald mit ein paar leuten ein paar leuten videos also ich habe mich jetzt ein paar abgesprochen schon und kann ja mal vielleicht hat es kurz mit mit syntax 007 glaube ich reißt du bist jetzt im skype hier ich weiß nicht ob der jetzt in youtube auch so heißt dann mache ich nämlich auch mit horch an horch an ich kann den namen überhaupt nicht aussprechen hoch und guck lp den kennen wahrscheinlich viele von euch also das ist ein recht bekannter man schadet man schadet man schadet man schadet es wäre mit dem mache ich auch ein vielleicht mal wie du also wir wollten jetzt eigentlich gestern spielen aber die leute haben wir abgestürzt ich muss kurz noch mal ein stück tun boah mein halb tut voll weh so also wir machen wollten vielleicht spielen wir heute abend mal ein bisschen lächer franz kommt euch zu mir also kraker 97 um 3 uhr wie vor haben wir jetzt ach 40 minuten kommt er schon ja also mit dem mache ich bald noch ein dann mit 80 ich hab noch ich hab da noch einen warte und sonst ist es eigentlich ungerecht wenn ich ihn als 1 ist ja nicht nenne den habe ich noch nicht der habe ich nicht in der hat keinen skype glaube ich wer hat nur das ja erst ich gucke jetzt mal sofort also 3 ich mache auch mal alle drei unten in die kommentare in beschreibung pack ich die andere rein dann habe ich noch mit dem der glaube ich mich gefragt ich weiß erlaubt er ich weiß gar nicht ob der loll spielt aber der wollte mit mir mal spielen mit marken mache ich noch aber das ist der macht jetzt kein neuer also noch wahrscheinlich black ops mit mir also bbh let's play werden kennen ich weiß nicht also der das ist einer der hat fast auch seine 300 abonnenten erreicht und ich habe jetzt mit einem auch letzten schon gespielt in den film und ja also der ist und dem die macht es eigentlich recht spaß zu zocken man macht eigentlich recht spaß neben zu zocken oh mein gott ich lebe aber schon wir fast neun minuten nur acht minuten 30 aber egal also mit dem mache ich jetzt bald noch also ja ich kenne auch manche den namen unter dieses hoch den hoch hondel club dp horchi also heißt auch so eine klammer nach horchi also horchi lp ja also mit dem heute zuletzt ist jetzt in den nächsten tagen mal spielen müssen und dann vielleicht machen wir auch mal ein video mal gucken wie wir uns verstehen das liegt einfach daran also wenn wir uns gut verstehen dann machen wir mal ein video zusammen also mit dem film mache ich auf jeden fall ein video will ich und wir beide verstehen eigentlich für die finde ich zumindest nicht wie er jetzt denkt aber ich verstehe mich eigentlich recht sehr gut mit ihm mal mal eigentlich recht spaß mit ihm zu spielen und ja also das war es glaube ich auch erstmal jetzt ein bisschen zu den hier zu sachen was ich warum ich jetzt letzteszeit nichts mache und so was alles ich hoffe ihr versteht das jetzt ein bisschen also ich versuche es mal wieder ein bisschen was hoch zu laden aber ich muss halt gucken ob ich das schaffe oder nicht und ja also jetzt sagt der Teufel immer m 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 also ja habe ich auch noch etwas sagen ich glaube nicht also ich gucke mal ob ich das jetzt mit der egator das hin bekomme ich gucke gleich noch jetzt bevor der franz komm gucke ich mal ob das jetzt geht weil ich habe letztens noch mal eine probeaufnahme ich habe die schon neu installiert die egator software und ich habe vorhin mal letztens nochmal black ops 2 ein bisschen gezockt hat eigentlich recht spaß gemacht und jetzt muss ich es mal angucken muss habe ich den probaufgaben wie es jetzt gelaufen ist und dann sagt man sie wird wieder sehen dann mache ich wahrscheinlich mal irgendwann einen commentary oder live commentary auch mal einen chart also ein chart kommt auf jeden fall auch noch mal wieder ein bisschen häufiger ich habe jetzt halt auch ein bisschen hinterlacht lässt sich auch den clan und das müssen doof also ich will das jetzt auch alles zu ändern müssen hier wie ich jetzt läuft ist will ich es nicht so haben wie es ist also wir haben jetzt ja auch schon 261 momenten wenn ich mir jetzt nicht stimmen wenn ich mich jetzt nicht irre haben wir 261 abonnenten das ist ja schon eine große summe also ich bin sehr sofrieden mit der amonente zeit auch von der wie eigentlich kommen auch letzte zeit eigentlich einigermaßen auch gut ein paar ab und zu auch ein paar abonnenten zu auch wenn ich wo ich auch keine videos gemacht habe fand ich eigentlich recht geil also wir kriegen jetzt dann auch vielleicht bald ein intro neues also ich weiß jetzt nicht ob das ist einer aus unserer schule hat uns gefragt ob der ob der uns eins machen kann und sagt ja klar kannst du es gerne machen mit so mit after effect und cinema und sowas alles hier mal gucken was er da zaubert müssen die nun musik noch schicken also der teil was er macht es ja dann synchron auf das lied und dann ja muss ich mal gucken was er daraus zaubert kann man sagen und wenn es mit uns dann halt beiden gefällt dann nehmen wir das dann auch also ja oder ihr könnt auch gerne mit entscheiden bisschen auch mit entscheiden welches intro wir benutzen ich mache dann mal wahrscheinlich ein video aber nur wo ich die zwei intros hintereinander packt und dann solltet ihr 1 oder 2 in die kommentare reinschreiben und dann könnt ihr so ein bisschen mitentscheiden was ihr lieber haben wollt oder ich kann ja mal 1 2 3 machen also erstes zweites oder abwechselnd also dass wir immer so ein bisschen machen immer dass man ein anderes ein bisschen abwechslung vielleicht auch vielleicht wollt ihr das ja auch ich habe ja keine ahnung da können wir dann auch später noch entscheiden ja also leute das war's dann von meiner zeit aus ich hoffe es hat natürlich euch weise gefallen dieses kleine kurze video und kleine kurz videos hat zwölf minuten jetzt gedauert ich sollte eigentlich nur viel mit nur drei minuten aber nein das muss mir zwölf minuten ich labe einfach wieder zu viel und der franz kommt euch auch muss mich langsam noch aufräumen muss hier noch ein bisschen ja okay dann sehen wir uns dann beim nächsten mal warum ich habe meine augen zu gemacht aber ciao